Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Haxenbayer. Und nun gibt es endlich den letzten Part vom 1-Millionen-Münzen-Pack-Opening in FIFA 13. Es hat jetzt leider doch nicht geklappt mit meinem Partner, der eigentlich teilnehmen wollte. Ähm, es hat eigentlich alles funktioniert, bloß wir haben immer aneinander vorbeigeredet. Ähm, er hatte Zeit, ich hatte keine Zeit, dann hatte ich Zeit, aber er nicht. Und ja, es war ein ewiges Hin und Her und es hat leider jetzt nicht funktioniert. Ich kann jetzt nicht noch länger warten mit dem Part. Ich muss ihn also jetzt aufnehmen, ich finde es schade. Ähm, es wäre der Hansa-Fan 966 gewesen, mit dem ich schon ein, zwei Videos gemeinsam gemacht habe. Ähm, also Hansa-Fan, wenn du das Video siehst. Und ja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Schade, dass du nicht dabei sein kannst. Aber ich hoffe, dass wir in FIFA 14 mal was gemeinsam machen können. Ähm, jetzt müsst ihr euch also mit mir alleine begnügen. Aber ich denke, das wird jetzt auch kein großes Problem werden. Ähm, wir sehen, es ist ein neues Team der Woche draußen. Mit Cristiano Ronaldo in Form, Buffon in Form, Kroos in Form. Ähm, Kroos dritter in Form müsste das sein. Ja, ja, das ist der dritte in Form, der vierte sogar, weil der Team of the Season ist ja auch noch, zählt ja auch noch als in Form-Version. Also ein richtig heftiges Jahr für Toni Kroos auf jeden Fall. Ähm, ansonsten gibt es hier nichts Neues. Wir sehen nur noch 340.000 Live-Auktionen auf der Xbox 360. Sehr, sehr wenig. Ähm, ja, aber ist klar, FIFA 14 steht ja jetzt wirklich unmittelbar vor der Türe. Und, ähm, ich muss auch sagen, seitdem ich die ganze Zeit die Demo gespielt habe und in der Web-App ein bisschen was gemacht habe, ist es sehr, sehr ungewohnt, hier, äh, in FIFA 13 zu sein. Das Menü sieht komplett anders aus und so. Ähm, aber ihr habt ja schon gesehen im Hintergrund. Ich hab schon angefangen, ein bisschen was zu öffnen. Und, äh, so wie es aussieht, geht's weiter mit diesen schlechten Packs, die ich bis jetzt hatte. Es war ja bis jetzt wirklich nur Müll, bis auf ein, zwei Ausnahmen, äh, in Packs. Äh, aber so ein richtig wertvoller war ja leider noch nicht drin. Naja, mal gucken, ob es vielleicht jetzt in der allerletzten Folge besser wird. Ich kann's mir nicht vorstellen, Leute. Äh, auch im nächsten Pack ist nichts Besonderes. Luisau und den Rest hauen wir auch wieder weg, hey. Nix Gutes. Nur zur Info, ich schaue jetzt alle Münzen, die ich jetzt hier oben rechts noch stehen habe, ja, hintereinander, so schnell es geht, weg. Weil ich nämlich noch, äh, vorhabe, eventuell dann in dieser Folge noch, ähm, das Abschlussmatch zu machen. So, dieses Pack war auch nichts Besonderes. Vom Beuten mit Sicherheit kein schlechter Verteidiger. Aber ihr wisst ja, warum man ihn nicht so gut benutzen könnte. So, Müller. Leider nicht groß. Obwohl sie ja in der gleichen Mannschaft sind. Müller in 4-1-2-1-2. Könnte man den vielleicht jetzt hier ins Team packen. Ich guck mal schnell. Ähm. Hm. Ne. Ne, 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 ich schmeiß ihn weg. Bringt ja eh nix mehr. Ja, den Rest kann man auch wegpfeffern. Schade eigentlich. Weil so viele Münzen jetzt schon reingepackt und reingesteckt und nur Müll rausgekommen. Das ist unglaublich, wie viel Pech ich bei diesem letzten Pack Opening habe. Aber noch ist ja, äh, ein bisschen die Hoffnung da, weil wir haben ja noch, äh, ein bisschen was über 100.000 Münzen. So, die 1.000 Münzen hauen wir rein. Die 4-3-2-1-Karte. Ähm, packe ich mal auf den Spieler vielleicht. Ne, doch, hier auf Benteke einfach. Ist egal. Hm. Gut, den Rest können wir wegpfeffern. Schade. Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. 104.000 Münzen haben wir noch. Und auf geht's. Wellington, Nem. Ne, kann nix, meiner Meinung nach. Außer Rennen. So, und ich sehe auch, dass der Rest nichts Gutes ist. Wird doch mal Zeit jetzt. Komm, Cristiano Ronaldo in Form. Das wäre ja was. Zum Schluss Cristiano Ronaldo in Form ziehen. Und das ganze Jahr über überhaupt nix ziehen. Äh, ich weiß nicht, ob ich mich so richtig freuen würde. Ich weiß wirklich nicht, weil es würde ja überhaupt nix mehr bringen, wenn man jetzt Ronaldo ziehen würde. Aber so ein ganz klein bisschen, äh, überrascht wäre ich natürlich auch. Ist klar. So. Wellington, Nem wieder. Das finde ich ja am geilsten. Wenn man einen schlechten Spieler zieht. Und dann ein paar Packs später den gleichen schlechten Spieler zieht. Unglaublich. Sowas hasse ich bei Pack Openings. Das ist das Schlimmste bei Pack Openings für mich. Und diese ganzen Pack Trolls. Die sind natürlich auch richtig nervig. So, Evra. Jetzt mal wieder ein etwas besserer Spieler. Und dann Nilo. Evra könnte man vielleicht als Linksverteidiger einsetzen. Je nachdem. Klischee oder Evra. Ich belasse es jetzt mal bei Klischee. Und dann würde ich sagen, hau ich den Evra mal für 150 Startpreis drauf. Und den Rest hau mal weg. So. 80.000 knapp. Hammer noch. Weiter geht's. Forza. Habe ich den nicht schon mal gezogen hier in diesem Pack Opening. Ja. Habe ich. Mannschaft Fitness. Schnell für 150 drauf. Forza Hammer Show. Wisst ihr was? Ich mache ein paar Leuten was Gutes. Hier für 250 könnt ihr ihn haben. Ich frage mich, wie schnell der jetzt weg ist. Ein paar Leute werden jetzt vielleicht. Oder einer wird vielleicht jetzt ein bisschen glücklich sein. Würde ich denken. Cool. Schnäppchen gesichert. Und Larsen. Larsen. Lation. Was weiß ich, wenn es ist. Noch nie gehört den Kerl. La 10. Pilar und die Hira Check. So. Hier kannst du ihn haben für 200. Ich meine, ob ich ihn jetzt schnell verkaufe oder ein paar Leuten was Gutes tue. Ist ja auch egal. So. Knapp 70.000 noch. Jetzt wird es aber echt mal Zeit, Leute. Jetzt wird es echt mal Zeit, dass hier was kommt. Bustroff schon wieder. Den hatte ich ja auch mal hier in irgendeinem Part. Vertongen. Hier für 200 könnt ihr ihn gerne haben. Den hier können wir reinhauen. Bustroff für 200. Bustroff für 200. Macht irgendwie sau Spaß. So günstig die Spieler zu verticken. Naja. Mal gucken. 60.000 jetzt noch. Bonera. Also die Packs sind bis jetzt wieder mal nicht so von Vorteil. Aber wirklich nicht von Vorteil. So. Habt Spaß. Hier für 450 könnt ihr euch die Fitnesskarte schnappen. Vielleicht nutzt es ja was, wenn ich hier ein bisschen hin und her switche. Oder gibt es Special Packs? Ne, gibt es nicht. Nur noch das Season Ticket hier. Ja gut. Dann hauen wir mal Joe Hart drauf. Und vielleicht ist Joe Hart drin. Kana ist drin. Das ist der Franzose, glaube ich. Ah ne. Das ist der da. Okay. Bringt alles nix. Bringt alles nix. Das ist echt frustrierend, dass man so viele Münzen reingesteckt hat. Und nichts wirklich richtig Gutes, richtig Wertvolles gezogen hat. Das ist wirklich sehr, sehr frustrierend. Unglaublich. So. Die letzten 50.000 in FIFA 13 sind jetzt angebrochen. Und auch jetzt gibt es wieder nur einen schlechten Torwart. Einen mittelmäßigen Torwart, sag ich mal. Ich möchte ja hier keinen Spieler hier schlechtreden, obwohl ich ihn noch gar nicht verwendet habe. Ich habe Jenschen noch nie benutzt. Also kann ich auch wirklich nicht behaupten, ob er schlecht ist oder gut ist. Laut Werten ist er nicht der Beste. So. Jurado. Jurado. Ist doch der von Schalke, oder? Ne. Okay. Ach komm. Bringt doch an. Doch, das ist der. Der war doch bei Schalke. Ja klar war der. Hat ja sogar noch das Schalke Trikot an. Jurado. R.A. zu R.S. Ach, alles nix, ey. Was ist da los? Ich will mal hier. Ronaldo. Oder Kroos. Dritten in Form. Vierten in Form oder so. Komm schon. EA. Was ist da los jetzt? Mancukic. Naja, guter Stürmer. Ah, okay. Er ist doch abgegradet worden. Zwischen jetzt und FIFA 14. Um einen Kopfball kann ich jetzt gerade so aus dem Gedächtnis sagen. Hier für 200. Viel Spaß damit. Und den Rest hauen wir weg. Das ist echt unglaublich. Eine Million Münzen weg und nicht ein einziger Informspieler. Was für ein Witz. Ein schlechter Witz aber. Auch dieses Pack bringt irgendwie nichts besonderes hervor. Ne. Ja, ihr merkt schon. Meine Laune geht irgendwie ein bisschen runter. Weil ich hatte halt in den letzten Parts doch noch die Hoffnung, dass irgendwas Gutes kommt. Aber jetzt ist die Hoffnung irgendwie sehr weit unten. Weil, ihr seht ja selbst. Das ist hier irgendwie nix mehr. Was Arboleda. Polnische Liga. Braucht kein Mensch jetzt. Gamberini und Cannavaro. Ah, Transferversion von Gamberini. 5, 3, 2. Alles, nichts. Kann doch nicht wahr sein. Ich glaube jetzt können wir... Ja, wir können nur noch zwei Packs öffnen. Dann ist FIFA 14... Äh, FIFA 13 erstmal beendet. Von den Packs her. Das wird dann mein allerletztes Pack sein, was ich jemals hier in FIFA 13 öffnen werde. Ehrlich hier, das Trikot ist was wert. Das weiß ich. So, jetzt kommen wir zum allerletzten Pack. Zum allerletzten Pack in FIFA 13. Ne, stimmt ja gar nicht. Hier sind ja noch diese zwei Gold Sets. Stimmt. Ja, dann kommen wir jetzt zum drittletzten. Hasebe ist drauf. Hoffentlich ist Hasebe nicht drin. Es ist irgendeiner namens Jansen. Ja. Was für ein Müll. Was für ein schlechtes Pack Opening. Unglaublich. Eine Million Münzen weg. Und kein einziger Informspieler. Das ist doch echt eine Frechheit. Javi Fuego. Javi Fuego. Den habe ich noch nie gehört. Bringt auch alles sowieso nichts hier. Das ist alles nichts wert. So, dann kommen wir jetzt wirklich zum offiziell vorletzten Pack in FIFA 13. Für mich. Das kostenlose Gold Set Nummer 1 bringt. Skirtle. Ein guter Verteidiger auf jeden Fall gewesen. Aber halt hier auch wieder das Problem, dass er nichts wert ist. Ähm. Weg damit. So und jetzt. Jetzt kommt tatsächlich das allerletzte Pack in FIFA 13 Ultimate Team für mich. Was bringt uns dieses letzte Pack? Bringt es uns vielleicht so einen Ronaldo in Form? Ich glaube es aber sowieso nicht. Da wird eh wieder nur irgendein Shit drin sein. Aber man kann es ja mal probieren. Und Jardel. Soll ich noch mehr sagen. Das war's. Carillo oder Carillo ist auf jeden Fall gut gewesen. Den hatte ich auch mal. Drei Spieler aus der portugiesischen Liga. Naja. Naja. Ich habe schon mal bessere Packs gehabt auf jeden Fall. So. Das war's. Von den Packs her. Was habe ich hier denn? Was sind hier? Achso. Das sind die ganzen billigen Sachen. 200 Coins. 500 Coins. 200 Coins. 200. Ja. Da haben sich ein paar Leute vielleicht gefreut über die Schnäppchen. Haben sie wieder ihren Autobayer angeschmissen wahrscheinlich. Haha. Ähm. Hier Hernandez. Könnt ihr noch haben für 400. Oha. Wie schnell war das denn jetzt bitte? Krank. 100% Autobayer. Sowas gehört verboten auf alle Fälle. Naja. So. Jetzt gucken wir uns nochmal das Pack Mix Team an. So wie es jetzt entstanden ist. Leute. Das hier habe ich nach 1.000.000 Münzen Pack Opening erreicht. Penteke. Äh. Torres. Van der Vaart. Torsic. Van. Verfahren. Äh. Xabi Alonso. Clichy. David Luiz. Santana. Äh. Jonathan. Äh. Adler. Gips. Opare. Eto. Defoe. Gamberini. Arteta. Vermeilen. Wiese. Sanchez. Javi Garcia. Benafa. Und Forza. Ja. Mehr. Habe ich auch nach 1.000.000. Nicht rausbekommen. Ähm. Aber nichts desto trotz versuche ich jetzt natürlich mal hier das Chemie Maximum rauszuholen. So wir haben hier eine Verteidigung. Fast komplett nur Brasilianer. Ähm. Habe ich irgendeinen ZDM. Äh. Ja theoretisch könnte ich ihn hier reinpacken. Aber ich merke das bringt gar nichts. Ne. Bringt keine Chemie. Troschic passt da überhaupt gar nicht rein von der Chemie. Ähm. Aber es ist ja sowieso gar nicht möglich hier irgendwie 99 Chemie zu bekommen oder so. Was könnte ich denn jetzt da tun? Ähm. Ben Teke ist Rechtsfuß. Man hat 4 Sterne Schwachefuß. Okay. Und er hat beides 4. Dann kann man das so lassen finde ich. Ähm. Ich könnte hier vielleicht Ben Afer. Und Mikkel Ateta vielleicht. Hm. Ich weiß nicht. Also mir dauert es auch ehrlich gesagt jetzt ein bisschen zu lang hier. So viel Chemie wie möglich rauszuholen. Ich würde sagen wir lassen das jetzt einfach so. Ähm. 3 Innen. Ne 4 Verteidiger habe ich mitgenommen. Das ist natürlich zu viel. Camerini geht jetzt mal raus. Ben Afer kommt. Da rein. Sanchez für. Defoe. Und jetzt können wir loslegen. Äh. Ja. Mehr. Mehr kann nicht. Äh. Also ist jetzt nicht möglich. Also in der kurzen Zeit. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust hier noch ein bisschen rumzugucken. Und dass ich so viel wie Chemie wie möglich rausbringe. Weil äh. Es ist unwichtig. Es ist unwichtig wie viel Chemie die Mannschaft hat. Sie wird sowieso nicht abgehen. Ich habe mal. Äh. Gegen einen Abonnenten ein Match gemacht mit diesem Team. Ähm. Mehr hätte ich überhaupt gar keine Chance. Überhaupt gar keine Chance hätte ich. Aguero vorne. David Silva. Touré. Und ich muss sagen es sieht so ungewohnt aus jetzt mit diesen viereckigen Karten. Äh. Ich bin es halt jetzt schon von FIFA 14 gewohnt. Diese ganzen äh. Äh. Diese abgerundeten Karten. Sag ich jetzt mal. Diese neuen Karten halt. So. Jetzt schauen wir mal. Das wird nämlich das letzte Match sein. In FIFA 13 Ultimate Team. Danach werde ich das Spiel erstmal eine Zeit lang überhaupt nicht mehr reinlegen. Ich habe überhaupt gar keine Lust mehr. So. Ich bin gespannt wie ich mit diesem Team hier klarkomme. Äh. Okay. Kriege ich jetzt den Ball mal bitte da raus. Boah. Super Reflex von Adler. Aber Adler ist ja sowieso ein Biest-Torwart. Das weiß ja jeder schon mittlerweile. Ey. Es ist auch so ungewohnt dieses Gameplay jetzt. Das ist krass. Das ist alles viel. Also es ist auf jeden Fall ganz anders. Das Gameplay. So. Kann ich jetzt bitte auch mal den Ball kontrollieren. Das wäre sehr nett. Wenn das möglich wäre. So. Verfahren. Tosic. Oha. Mein Controller knackt wie Sau. Jonathan. Torres. Ja. Bewegt sich wie die Titanic. Ben Teke. Mein erstes Mal, dass ich den verwende. Und schon der erste Ballkontakt bringt ihm einen Ballverlust. Sehr geil. David Luiz. Kein Problem. Eieiei. Was ist das denn? Jetzt kommt er mit Touré. Ne, er passt runter zu Hazard. Raus jetzt da. Sehr schön. Und jetzt hat Tosic mal ein bisschen Platz. Unten steht... Doch, da stand jemand frei, aber... Ich habe es nicht geschafft, den Ball dahin zu bekommen. Verdammt. So, Xabi Alonso mit der Ecke. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, David Luiz zauber. What? Was war das denn? Was für ein Pass. So, jetzt kommt er mit Walcott. Flankt rein, aber keine Chance. Als Felipe Santana mit 99 Kopfball oder was der jetzt hat. Unglaublich. So, Ben Teke. Nein, der kommt nicht ran. Oh. Schießt doch. Oh mein Gott. Ich habe schon vor einer halben Stunde gedrückt und er schießt einfach nicht. Ich glaube, das ist dann wegen der Chemie, ne? Und Fanafad. Ja, der ist nicht Kopfballstark. Leider. Naja. Es hätte jetzt hier schon das 1-0 sein können, aber er hat leider nicht geschossen. So, Santana. Fehlpass. Aber Xabi Alonso hat hier wieder alles unter Kontrolle. Torres. Ah. Also bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir Ben Teke gar nicht. Aber ich urteile jetzt erstmal nicht über die ganzen Spieler, weil bei der Chemie ist kein Wunder, dass sie schlecht sind. Walcott. Walcott. Raus da. Puh. Glück gehabt. Hätte ja auch jetzt schon 1-0 stehen können für ihn. So. Torres. Oha. Oha, was macht denn Torres da die ganze Zeit? Ich bin gespannt, ob ich hier das Match gewinnen kann. Ich glaube nicht. So. Jetzt mal wieder ein bisschen hier schönes Spielaufbau. Ah. Mist. Warum habe ich denn da gepasst? Michael. Silva. Once again looking for the past to open up the opposition. Geh bitte weg. Boah, Santana, Biest, Mann. Nein. Ach, komm. Das der Ball nicht reingeht. What the hell. 1-0 hätte sie auf jeden Fall jetzt stehen müssen. Der war schon gut gepasst auf ihn. Und da hätte er einfach nur noch reinschieben müssen eigentlich. Aber umso besser, dass es nicht funktioniert hat. Jetzt habe ich hier noch die Chance auf den Sieg. Ja, lauft doch mal alle frei hier. Jetzt von der Fahrt Longshot. Der war nix. Der wurde leider noch von ihm abgeblockt. Ist aber trotzdem mittlerweile ein schön ausgeglichenes Match, wie ich finde. Jeder hat seine Chancen. What the hell. Ah, okay. Ich habe schon gedacht, was ist jetzt los, ey. Schön, verfahren jetzt, komm. Boah. Jefferson verfahren hat hier die auch eine gute Möglichkeit. Jetzt die Ecke. Xabi Alonso auf. David Luiz. Torres. Und Benteke. Ja, kein schönes Tor auf jeden Fall. Aber Benteke macht sein erstes Tor. Nicht schlecht, nicht schlecht. War so ein dummer Abpraller eigentlich, aber keine Ahnung, war schon irgendwie auch cool gemacht. Torres hätte hier auch einnetzen können. Und dann steht es halt hier jetzt eben 1 zu 0 für den FC Red Bavaria. Ist doch cool. Können wir am besten gleich mal nachlegen. David Luiz. Was für ein Monster. So, Van der Vaart. Versucht es mit einem Doppelpass. Jetzt verfahren über die Außen. Komm schon, Benteke. Nein. Boah. War gefährlich. Jetzt kommt er mit. Mit wem kommt er jetzt? Aguero? David Silva. Und Jonathan klärt hier. Ganz sicher. Ecke oder was? Ne, Einwurf. Sehr schön. Abseits natürlich. Das sollte man nie tun. Einwerfen und dann zum Einwerfen den Typen zurückpassen. Das ist meistens Abseits, wenn man nicht aufpasst. Van der Vaart. Und Halbzeit. 1 zu 0 gehen wir in die Pause. Benteke macht das 1 zu 0. Sehr komisch, aber dann auch wieder irgendwie sehr cool. Ja, er hat mehr Ballbesitz. Das ist klar, das habe ich auch so schon erkannt. Aber ansonsten, glaube ich, geht die Führung schon in Ordnung. Es hätte auch unentschieden stehen können. 1 zu 1 zum Beispiel. Aber mir ist es relativ egal. So, Van der Vaart. Nein. Oh, sauber, Van der Vaart. Und jetzt Tosic. Was war denn das? Was war denn der Schuss, ey? Der war nichts von Tosic. So, das ist jetzt also dann die letzte Halbzeit. Die ihr von mir in FIFA 13 Ultimate Team sehen werdet. Das wird keine weitere Folge über FIFA 13 geben. Vielleicht könnt ihr ja, wenn euch da gerade was einfällt, in die Kommentare schreiben, welche von meinen, ich glaube, 80 Folgen Ultimate Team euch am besten gefallen hat. Und vor allen Dingen würde mich interessieren, warum hat sie euch so gut gefallen. Und ja, das wäre natürlich sehr interessant zu wissen, welche Folge euch am besten gefallen hat. Also schreibt das doch bitte mal in die Kommentare. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn ihr mir sagen würdet, ob ihr euch schon auf die FIFA 14 Ultimate Team Reihe freut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, FIFA 14 Ultimate Team zu zocken, wenn es da mal endlich in der Vollversion machbar ist. So, also Richtung Tor komme ich jetzt nicht so gut. Aber er auch nicht. Also passt es schon, muss ich sagen. Ah, oh, der war sogar noch dran. Das wäre ein richtig schöner Spielzug gewesen. Aber hat leider nicht funktioniert. Naja, jetzt schauen wir mal. David Lewis gegen David Silva. Als ob David Silva eine Chance hat gegen meinen David Lewis mit über 90 Tempo. Unglaublich, ey. Nein. Und Philippe Santana gewinnt natürlich wieder das Kopfballduell. Ich komme hier auch nicht wirklich durch. Er verteidigt nicht schlecht. Ah, Walcott jetzt gegen Xabi Alonso. Keine Chance, Alonso. Klischee macht es sauber. Tosic wieder. Sauber. Wenn TK lauft doch mal irgendwie. Ist denn das da? Ah. Und Van der Vaart, der kann es aus der Distanz. Geiler Schuss. Aber auch eine gute Parade von Lloris. Und da steht keiner. Boah. Da stand dann auf einmal doch der Van der Vaart. Und jetzt. Oh, verdammt. Van der Vaart. Da war ich selbst total überrascht, dass er da an den Ball kommt. Und ich glaube, da war Van der Vaart auch überrascht, ey. Schade. Aber ist auf jeden Fall ein angenehmes Match. Macht Spaß. Tosic. Tosic. Schade. Kommt irgendwie nicht so auf sein Tempo. Abseits. Jawohl. Da bin ich noch im richtigen Moment rausgegangen aus dem Abseits. Beziehungsweise habe ich mich so hingestellt, dass es Abseits wird. So wollte ich mal sagen. Und Van der Vaart. Longshot Monster, Leute. Longshot Monster. Ich mag ihn so gerne in FIFA 13. Hat mir sehr gut gefallen. Immer wieder. Er hat mich nie enttäuscht. Sau gute Freistöße. Sau gute Pässe. Sau gute Schüsse. Gutes Dribbling. Und BAM. 2 zu 0 gegen FC Östringen. Ich vermute mal, dass es ein Deutscher ist. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. So, mal sehen, wie er reagiert. Er hat jetzt nicht mehr lange Zeit hier, vielleicht noch das Unentschieden rauszuholen. Sorry. So, Benteke gefällt mir einigermaßen. Irgendwie nichts Besonderes. So, jetzt verfahren. Und da ist... Und Elfmeter. Soran Torsic holt ihn raus. Ganz klare Elfmeter. Ganz klare Elfmeter. Zack. Von David Luiz. Und ich würde sagen... Klasse David Luiz. David Luiz. 84. Okay. Besser als meine Stürmer im Elfmeterschießen. Und da steht es 3 zu 0. David Luiz. Mit alle Attribute plus 10. So krank der Kerl. Gut, dass der Gegner nicht quittet. Das wäre ziemlich mies. In meinem letzten Match wäre das schon ein ziemlich blöder Abschluss, muss ich sagen. Aber er scheint ein fairer Typ zu sein. Weil momentan sieht es schon danach aus, dass die Führung in Ordnung geht. Weil von ihm kommt ja jetzt auch schon längere Zeit kein Schuss mehr und kein schöner Pass oder sowas. Freut mich natürlich, dass ich das letzte Spiel vielleicht gewinnen kann. Ja, noch ist es nicht sicher. Man weiß ja, in FIFA ist alles möglich. So, und jetzt Tosic. Ja, Mann, ey. Da wollte ich mal irgendwas anders versuchen, außer nur durchzurennen. So, jetzt kommt mal hier Mata. Flankt rein, aber Klischee ist kein 0815-Verteidiger. Von der Fahrt. Oh mein Gott. Ich wollte nach ganz unten passen. Tosic jetzt wieder. Sauber. Wo passt der Alte hin? Haben wir halt einen Eingruf rausgeholt. Das passt schon. So, Benteke. Von dem kommt aber auch irgendwie gar nichts. Aber ich glaube, das liegt einfach nur an der Chemie. So, Walcott gegen Tosic und David Luiz. David Luiz ist immer zur Stelle. So, Benteke. Na, von dem kommt einfach nichts. Ich lasse es jetzt auch. Also, ich fordere jetzt von Benteke nichts mehr. Ich mache das Match einfach nur noch vorbei und dann war es das ja auch mit Benteke. So, schöner Pass auf Thunderfad. Aber auch gut verteidigt von Kompany. Abseits. Da hat die Abseitsfalle wieder zugeschlagen, Leute. Und die 90. Minute hat angefangen. Die letzten paar Minuten in FIFA 13 laufen. Torres. Schade. Xabi Alonso mit der Ecke jetzt. Santana, komm. Boah. Und Torres. Torres macht das letzte Tor in FIFA 13 Ultimate Team. Wir beenden das Ganze jetzt auch hier. Jawohl. Sieg im allerletzten Match. Ja, war ein angenehmes Match. Der Gegner war jetzt nicht so unangenehm. Der Gegner war auch nicht schlecht, muss man sagen. Ich finde, 4 zu 0 ist ein bisschen zu hoch. Ich würde sagen, 2 zu 1 oder so wäre in Ordnung. Man sieht ja auch, meine Verteidiger sind mit 9,3 die besten Spieler auf dem Feld. Das sagt auch schon vieles aus. Die Statistik sagt, dass er nur 2 Torschüsse hat und nicht 8. Ja gut, Sieg geht in Ordnung. Haken wir das Ganze ab. Sehr cool. Im letzten Match noch ein Sieg geholt. Ein 4 zu 0 Sieg. Also meine Abschlussbilanz in FIFA 13 Ultimate Team heißt also 1441 Siege, 78 unentschieden und 757 Niederlagen. Ja, ich würde mal sagen, ist eine OK-Quote. Kann man lassen, glaube ich. Oh, Jordi Alba hat auch seinen dritten in Form, glaube ich. Ja, seinen dritten, ja. Krass. Ich weiß gar nicht, wie viele. Aber egal, auf jeden Fall haben wir ihn nicht gezogen. Und darum geht's. So, ich sehe gerade, wir haben noch 5.000 Münzen. Ich mache jetzt zum Abschluss noch das aller, 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 allerletzte Pack auf. Und dann sind wir sowieso schon pleite. Jordi Alba in Form. Nein. Shane Long wahrscheinlich. Ja, so ist es. Da kann sich jemand wieder über ein Schnäppchen freuen. Für 400 ist er zu haben. So. Gut. Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende von FIFA 13 angelangt. Ähm, ein schönes FIFA-Jahr ist vorbei. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch, ähm, in der Zeit von FIFA 13 zu unterhalten. Ich hatte meine Höhen und meine Tiefen in FIFA. Ich hatte sehr geile Teams, sehr schlechte Teams. Ich habe mich aufgeregt. Ich war mal ruhig. Also alles in allem kann man glaube ich sagen, dass es ein schönes Jahr FIFA war. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit meinen Ultimate Teams. Ähm, und auch natürlich mit meinen Ultimate Team folgen. Das ist natürlich noch wichtiger. Ja, und, ähm, ich bedanke mich, dass ihr all die Videos dabei wart. Äh, hätte ich nie geglaubt, dass ich jemals so viele Zuschauer haben werde bei irgendeinem Video, was ich erstelle. Aber danke euch da draußen auf jeden Fall und freut euch auf, äh, FIFA 14, denn da wird es natürlich weitergehen. Erst auf der Xbox 360 und dann wechsle ich rüber unterm Jahr zur Xbox One. Und da wird es dann weitergehen natürlich mit, äh, Ultimate Team Let's Play. Ähm, ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ich fand, es war echt ein tolles Jahr FIFA. Hat Spaß gemacht. Trotzdem finde ich, dass FIFA 13 eines der schlechtesten FIFA war, das ich je gespielt habe. Am Anfang natürlich fand ich es sehr, sehr geil. Aber mittlerweile muss ich sagen, es war das Schlechteste aller Zeiten. Für mich persönlich, Leute, ihr habt vielleicht eure eigene Meinung. Meine Meinung ist, FIFA 13 ist das Schlechteste gewesen. Und ich freue mich richtig auf FIFA 14. Dann, äh, ja. Ich sag nochmal danke, dass ihr immer dabei wart. Das habe ich zwar schon gemacht, aber ich wiederhole mich gern. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Ähm, und wenn dieses Video euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, das würde mich sehr freuen. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und sag ciao, euer Haxenbeier.